Die Wobau Wismar präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps auf Wismar TV. Ihr Zuhause in Wismar. Gut und sicher wohnen. Am 15. Februar eröffnet Christine Sobeck die Ausstellung Form und Sein. In der Galerie hinter dem Rathaus in Wismar ist die Ausstellung bis zum 18. März zu bewundern. In den Bildern geht es um die menschliche Figur. Die ausgestellten Werke laden dazu ein, über die äußere Form, das innere Sein des Menschen zu entdecken. Dozentin Dr. Antje Bernier wird am Freitag, den 24. Februar, in einer Kinder-Uni-Vorlesung Fragen stellen und beantworten. Wie kommt man rollend ins Haus? Oder andere spannende Fragen werden den Kindern hier gestellt. Die Veranstaltung ist für Kinder von 8 bis 12 Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei. Das Fantechnikum in Wismar bietet ein breites Winterferienprogramm an. Am 11. Februar findet um 11 Uhr eine öffentliche Laborvorführung statt. Hier können interessierte Entdeckerinnen und Entdecker Experimente aus den Bereichen Erde, Wasser, Luft und Feuer hautnah erleben. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Die Wobau Wismar präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps auf Wismar TV. Ihr Zuhause in Wismar. Gut und sicher wohnen. Die Wunscharben tab